Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Hortis Helm Platziven anzunehmen bei Njormald in der Sturmgipfel an dieser Position. Vor Quest war einen Kopf schmieden. Ich nehme die Quest auf Ebene des Patches 9.2.5, das Video könnte euch aber auch helfen in VOTLK Classic. Für diese Quest ist es nötig zu fliegen, solltet ihr keinen Kaltwetterflug haben in VOTLK Classic, erinnere ich euch an der Seite geliehene Windweitaufzügel. Das sind die Quests, wo ich genau erkläre wie man an die kommt. Ich begebe mich in die Fluggestalt und ich zeige euch wo man hin muss. Ich habe übrigens auch einen Twitch Kanal, Link dazu findet ihr in den Kommentaren, wäre cool wenn ihr auch da vorbeischaut. und hier müsst ihr hin. An diese Position. Quest Item benutzen und zack ist ordinarischem platziert. Auf einem Eistachel, warum auch nicht. Quest ist bereit zur Abgabe, sehr cool. Quest ist abzugeben bei Njormald in der Sturmgipfel an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch Kanal. Wichtig! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!